So, hallo, da bin ich wieder. Zweite Runde, Schulter und Bauch. Ihr könnt Handeln nehmen oder die Wasserflaschen nehmen, wie im Sport. Die Hände sind außen, Fuß und Schulter weit. Übelst die Hände nach vorne. Wir starten nach vorne, 2x2. Und lässt die Arme schon wieder öffnen. Schöner rumziehen. Vier. Vier mehr. Ab. Entdeckung. Schon nach vorne raus. Lass die Arme gestreckt. Jawohl, ab 8x2. Einmal noch. So, wir kommen in der Zeitdreise. Du drehst hier die Hände nach außen. Ab. Ab. Entdeckung. Guck, dass deine Hände und die Arme alles schon wieder hoch ist. Und du ziehst schon wieder nach oben. Hände zu sparen im Körper. Stehst fest. Bauch ist fest. Vier mehr. Schöner schon. Ab ab. Und halten. Ab ab. Einer noch. Nächste Runde. Komm. Ab. Ab. Zieh. Und ziehen. Vier auf oben. Und halten. Ab hoch. Ab. Und ziehen. Ja. Ab. Selbstständig. Zieh nach oben. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Ja. Spaß. Kann auch dazu. Schön nach hinten. Achtung. So, wir bauen die Kommen wieder aus. Achtung. Eins. Zwei. Drei. 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 Sechs. Sieben. Und acht. Ab. Ab. Zwei nach vorne schließen. Ab. So, wir machen die Schultern. Schön ziehen. Ab. Und zurück. Und noch einmal. Achtung. Ab. Zwei. Ab. 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 Anbrechen hier nach oben. So, einfach mit den Beinen anziehen. Du lässt dich weiter auf 90 Grad. Du ziehst es mal bis hier. Schön zurück. Da. Da. Noch einer. Okay, jetzt noch mal die Beine wechseln. Hunde drauf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Schön halten. Ja. Drei. Drei. R Fang. Drei. Drei. Zwei rein. Daki. Und das mal Absños durchziehen. Eins. Zwei. Und langsam abs prib. Keine Notputzer. Dann merkst du wir sind zumrenden, weil wir das besonderen Weisernwrite aufregungen. rotating. Ab. Barde. mit nerden. In der Seite. Ab. Ab. Hier. Gliesschen. Ab. Ab. Nächste. Halt die Spannung und komm zurück. Eins. Zwei. Leider probieren. Noch weiter. Okay. Jetzt lässt du dich mal rein. Du wirst die Finger rein hoch. Geh zur Seite. Ab. Wir wechseln. Nach vorne zurück. Nach vorne. Nach vorne. Nach vorne. Nach. Nach. Nach vorne zurück. Gehen her. Na. Gehen. Noch einmal nach vorne. Dann noch eine Leisterkülle. Sie malen ganz aktiv. Da oben, die Stimme sind, der Glippe bleiben außen. Drunch. Zwei. Zwei. Stehen die Füße. Nach. Ja. Nach. Erdr. Schöner hoch. Weg an deine Hälfte. Zieh hoch. Und zieh. Komm. Andere. Zweiste. Nehmen wir einfach die Beine dazu. Ab oben. Sieh Crotch. Einfach. Füße nur noch tapfen. Ganz leicht absetzen. Schöner hoch. Und nach vorne noch. Einfach auf die Muskeln. Erst. Zieh hoch. Vier mehr. Acht. Drei. Zwei. Okay. Bleib oben. Dann ziehst du wieder raus. Und wir nehmen die Seite mal zu. Versuchen wir mit dem Elbow oder die Knie zu. Ab. Sehr gut. Neun. Und erst. Gleich geschafft. Gleich geschafft. Bleib. Und erst. Schön lassen. Beides drücken. Schieben. Becken. Auf. Das ist passiert. Denk mal die Arme abschieben nicht raus. Achtmal einfach über den Po. Bleib oben. Okay. Aus langsam wieder tief. Sehr schön. So. Bleib gesund. Bis wir uns wiedersehen. Bis dahin. Bis dahin.